also ich bin jetzt hier in erfurt auf dem domplatz und ob ihr das glaubt oder nicht hier dürfen menschen spazieren gehen ohne von der polizei aufgehalten zu werden drangsaliert zu werden und im schlimmsten fall verprügelt zu werden also erfurt tickt hier noch ganz normal überall sind menschen unterwegs wunderschön wie ihr es ja sehen könnt wahnsinn gefällt mir